War ich da oben noch nicht? Warum ist das Ding da noch? What? Ne, das konnte ich noch nicht. Dann schnell genug springen konnte ich auch noch nicht. Hab ich hier irgendwas geholt eben? Das hab ich schon. Alter! Was? Das... Manchmal so random vor. Ich kann halt mit einem Einfachsprung nicht da drüber. Mit einem Zweifachsprung kann ich nicht stampfen. Natürlich ist er auch länger als ich fliegen kann. Was denn? Oh ja, stimmt schon. Huuuuhh Nee Was? Uh, ach das geht ja Oh der macht den Hä? Ah da, ein Stachel! Oh, 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 oh Nice Oh Gott Ja, wie geht es? Oh, was ich? Oh, was ich? Oh, was ich? Ah, ich hab hier unten geschmackt. Oh, die soll vorher machen können. Wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin, ich müsste links rum wahrscheinlich, ne? Ach so! Ach so, ja. Hier rechts ist ja... Gut, da oben ist noch ein Bereich, wo ich gar nicht war, aber ich weiß nicht, warum ich da nicht war. Hier unten. Na, ich guck mal lieber links. Die Frage ist, wie... So nicht. So nicht, das ist die Wahrheit. So auch nicht. Was ist das? Ist das was? Wart! Hä? Die Stacheln fangen schon vor den Stacheln an, oder was? Das ist halt geile Sachen. Hier war ich schon. Naja, abwürfen. Das ist ein Wurzeln. Ich muss noch links, oder? Ja, stimmt. Was? Was? Ach so. Okay, das scheinen wir nicht ganz so falsch zu sein. Äh... Mal oben, dann nach links, ne? Ach so. Ach so, ich bin jetzt fest da noch. War's vielleicht. Ach, der lebt! Ja, er lebt. Da oben war ich schon. War hier schon? Aber ist richtig. Mr. Lava, Lava. Ja? Warum sind wir umgedreht? Ja? Warum sind wir umgedreht? Ja? Aber ich hab gesagt, dass er klappt. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Ach, der macht noch gar nicht, ne? Ich kenne ja auch noch, ob ich sie ziehe. Sag mir, wann ich aufwünke. Jetzt? Ah, guck mal, hier kann ich jetzt hier auch. Den Boden. Ich kann den Boden. Ich kann den Boden mit meinen Hoden aus Boden halten. Why? Ich versuche noch, Witze zu finden, die ich hier in mein Let's Plays bringen kann. Der Fischwitz kam mir nicht so gut an. Aber... Hey! Lebe in Zelle! Ich lebe in Zelle. Kommt mich besuchen. Da kann ich... Oh, der Speicher. Ach ja, ich erinnere mich, ja. Der Typ. Hallo, der Typ. First Try. Ich weiß gar nicht mehr, was das Ding hier macht. Mein First Try geht mal rein. Der war geil, ja. Schade, dass du den nicht aufgenommen hast. Warum stößt das? Guck mal, der stößt dich mal ab. Ach so, ah, ich mach auf. Stimmen die Tode eigentlich 151? Tatsächlich. Kann ich dich mal ab. Ah yep. Ich weiß nicht. Meinn. Ach nee, jetzt muss ich nochmal. Mit meinem tollen First Try hab ich gesaved. du wirst egal ich muss trotzdem einfach direkt machen dass der dann nach rechts ist das ist ja gut ich dachte ich unterstütze ihn beim krabbeln da war das so cool Okay, okay, okay. Nein! Du willst ja auch nicht speichern oder so. Ja, habe ich wieder vergessen. Ich dachte, das Spiel speichert einfach nach coolen Aktionen. Das können die eigentlich mal einführen. Vor allen Dingen könnten die sich mal meine coolen Aktionen in Rektar einführen. Ja. Nee. Ja. Jo. Achso, war das so? Ich habe da rechts, habe ich irgendwas aufgemacht. Es vibriert ja eigentlich die ganze Zeit. Genau, der kommt bald, sagt die E-Mail. Stimmt, ja. Ja, ja. Ich dachte... Ich dachte, ich kann das schon besser. Entschuldigung. Nein, das habe ich niemals gedacht. Niemals! Sonst gibt es hier nichts. Ist sie wieder da? Was brauche ich? Was ist das Nächste eigentlich? Irgendwas, was ich wieder noch nicht kann? Hallo? Turbosprint. Oh, okay. Kann ich das kaputt machen? Oh, ach ja, das war das. Ach, da kam er. Warte mal, lass mich mal überlegen. Warte mal, ich gucke mal. Ich müsste eigentlich hier weiterkommen. Hey, dann mache ich das kaputt, oder? Ich bloße mich davon ab, ich weiß nicht. Wann sie? Hm. Da hat er Furzen. Da hat er gerade so Furzgeräusch. Geht auch nicht hier mit? Der kommt jetzt auch nicht wieder? Wenn du da stehen bist. Ach so. Warte, gut. Okay, ich muss sehr weit. Ich verstehe. Ach, von dem kann ich nicht. Ich kann nur ein Furzen anpassen. Wie, von dem selbst? Der kommt zu spät, okay. Und wo schießt der denn hin? Da bin ich doch. Da will ich doch nicht. Alter. Oh. Äh, kann ich hier landen? Okay. Puh. Hau ab. Hau ab. Sag ich. Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hui. Stressvoll ist es. What? Das war witzig. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Alter. Ich dachte, ich konnte nicht leben. Nein! Uah! Hau ab! Ich will die Punkte gerne nehmen. Darf ich die? Okay. Wart. Bist du da rüber? Niemand, oder? Nee. Ich kann nix flattern. Oder doch? Okay, sein. Warte, erzählst du. Das Element der Wärme liegt hinter den Toren des Horu-Bergs. Um dort hinzukommen, müssen wir den Sonnenschein und oben auf den Gipfel des Trauerpasses finden. Da muss ich jetzt hin, oder? Hier bin ich jetzt falsch? Hier geht es auch nicht weiter. Wo komme ich denn dann da rüber? Da. Hier? Ja. Oh ja, stimmt. Du hast ja Schnellreise-Dings, das musst du ja relativ schnell gehen. Ach, man sieht es ja nicht. Warum auch? Der zweite. Das war wohl der erste. Das heißt, der vorletzte von den Rollhainzimmer. Ach so, das war eine Idee. Der vorletzte von den Rollhainzern. Ja, ja, wegschießen. Ich weiß. Hä? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich habe auf den gewartet jetzt. Hä? Hat er auch Kurzarbeit oder was? Er ist nicht da. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Oh nein. 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 Jetzt bin ich mit denen wieder zurück. Geil. Auch hier habe ich gespann. Na, Junge, weil du es bist. Wie vorher? Ach, guck mal, wer wieder da ist! Guck mal, wer wieder da ist! Jetzt ist er wieder nicht da! Was? Dieses Spiel ist einfach ein einziger Randomizer. Du willst mich nur mit diesem Dinosaurant. Du musst alleine an Fälle zu bleiben, was hier nicht aufsteht. Hm, klappt gut. Ich glaube, zwischen den beiden brauche ich einen Doppelsprung. Also muss ich springen. Wurstsalat! Wurstsalat? Was macht den hier an? Da stirbt er nicht. Brauchen wir. Guck mal her, guck mal, wo ich bin. Hallo. Bist du dumm? Der schießt nicht schnell genug. Der auch nicht. Nö, du bist zu weit weg. Das war gut. Haben wir alle uns zu freuen. Wer furzt? Da furzt immer irgendeiner. Du brauchst schon einfach in die Tür, was das schießt, das ist. Achso, das könnte man natürlich auch mal probieren. Der hat da eben schon mal drauf geschossen. Drauf geschossen, ne? Ich kann halt nicht zielen. Ich bin halt ein bisschen dumm. Aua. Nee, geht auch nicht. Scheiße. Ich treffe halt die ganze Zeit, was auch sein kann. Jetzt habe ich getroffen. Das lenkt die auch ab. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Oh, was ist denn das? Nein, es speichert. Ja. Oh, kass. So, äh. Achso, Entschuldigung. Nee, ich habe gar nicht gekauft. Warte. 177. Du hast einen vergessen. Hä? Wie denn? Als du nicht hingeguckt hast, wahrscheinlich. Wenn du den Knopf geguckt hast, ist das wahrscheinlich einfach verreckt. Das heißt, ich muss jetzt... Achso, ganz rechts, ja. Tschüss. So, äh, Hohlhain. Okay. Ich hätte mich... Ach, kann ich mich am nächsten auch aufladen? Ja, mal ab. Ja, mal ab. Ja, mal ab. Aufladen. Was ist das? Fladen. Ein Fladenbrot. Ach, das konnte ich noch nicht. Warte. Tal des Windes. Yay. Oh, eine Zelle war... Eine ganze Zelle war dazu. Dann kann ich jetzt hier den Turbosprint... Warte. Geh. L.T. macht überhaupt nichts. Wahrscheinlich noch lernen. Das ist toll, dass ich hier Sachen lerne. Ne, ich kann mit L.T. überhaupt nichts machen. Ah, ich sterbe noch mal. Wat? Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Achso, ich dachte, die hätten hier vielleicht einen Lock, die da nicht weiterkommen können. Es ist so toll, dass man echt Fähigkeiten skillen kann, die man noch gar nicht hat. Was soll denn das? Wer denkt denn sowas aus? Ich dachte doch, nur Wasseratmung wäre gut. Ja, ist ja auch gut. Die Fähigkeiten, die da stehen, sind auch gut, wenn ich den machen könnte. Zwischens bin ich was anderes. Oh Gott! Das war sehr doof. Komm her, ich bin der einzige Vogel hier. Aua! Okay, ich mach. Aua. Okay, zu spät. Mach ich gleich. Das reicht gleich auch noch. Hau ab, du Drecks. Alter! Alter! Ist das dein Ernst, Alter? Dein alter Ernst? Achso. Ey, das ist doch nicht... Das kann doch nicht.